Gibt es wirklich eine simple Methode, um langfristig sowohl am Aktien als auch am Kryptomarkt immer wieder Geld zu verdienen? Nun ja, ich muss diese Frage mit Ja beantworten, denn ich selbst nutze eine solche Strategie, mit deren Hilfe ich in den letzten Jahren an den Märkten immer wieder im Plus aussteigen konnte. Das ist jetzt kein Clickbait, ich werde dir heute Beispiele zeigen, damit du ganz genau weißt, wie man diese Strategie anwenden kann. Ich weiß nämlich selbst nur zu gut, wie scheiße es sich anfühlt, wenn man in eine Aktie oder in eine Kryptowährung investiert, die dann auf einmal nach unten fällt und man fühlt sich einfach nur noch wie der schlechteste Investor der Welt und im Worst Case hat man sogar im absoluten Top gekauft. Deswegen werden wir uns heute die Beispiele anschauen. Mit meiner Strategie habe ich zumindest immer wieder Erfolg gehabt und konnte so auch sehr, sehr günstige Kurse in der Vergangenheit bei Palantir erwischen, bei weit unter 10 Euro. Ich habe zum Beispiel auch sehr günstige Kurse bei Enphase erwischt oder auch im Kryptobereich sehr günstige Kurse bei Solana. Also für mich persönlich hat diese Strategie sehr, sehr gut funktioniert. Du kannst dir das natürlich gerne anschauen, so zurechtbasteln, wie es für dich passt und dann dementsprechend deine eigene Strategie erstellen. Sollte dir wie immer dieser kostenlose Content hier weiterhelfen und gefallen, dann kannst du mich jetzt an dieser Stelle auch kostenlos unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date und schreib mal gerne deine Strategien und deine Thesen zu den Märkten unten in die Kommentare. So, bevor wir jetzt mit der Strategie und den einzelnen Beispielen beginnen, müssen wir einmal ganz kurz klären, was die größte Schwäche dieser Strategie ist und worauf ich persönlich achte, bevor ich jetzt diese Strategie anwende. Lustigerweise ist die größte Schwäche dieser Strategie der Mensch selbst, denn man muss sehr diszipliniert sein und darf am Ende nicht an der eigenen Strategie zweifeln. Hier kann man einen guten Vergleich zum Sport ziehen, denn viele Menschen nehmen sich ja immer wieder vor, zum Beispiel zum Anfang eines neuen Jahres Fitness durchzuziehen. Das heißt, die erstellen einen Fitnessplan oder einen Ernährungsplan und wollen diesen dann für die nächsten Jahre durchziehen. Leider werden sich nur die wenigsten an diesen Plänen festhalten. Mit der Zeit glaubt man vielleicht, dass es doch nicht so gut funktioniert oder irgendetwas hat sich verändert und daher werden auch nur die wenigsten ihre geplanten Ziele erreichen. Genauso funktionieren auch die Märkte bzw. die Finanzbranche. Man erstellt sich eine Strategie, aber leider werden nur die wenigsten an dieser festhalten und dementsprechend werden die meisten auch ihre gewünschten Ziele nicht erreichen oder sogar im Worst Case Geld verlieren. Daher ist es auch extrem wichtig, nicht unüberlegt zu handeln, sondern sich vorher eine Strategie zurechtzulegen und am Ende des Tages, wenn dann irgendwelche Sachen an den Märkten passiert, dann einfach an dieser Strategie festhalten. Und ich persönlich nutze einen Mix aus Fundamentalanalyse und Chartanalyse, um meine Wahrscheinlichkeit am Ende wirklich im Plus aussteigen zu können, zu erhöhen. Solltest du dich für Deep Dive Analysen, für Tutorials, aber auch für regelmäßige Blogbeiträge interessieren, dann kannst du gerne auf meiner Webseite finerofolio.de vorbeischauen, dort bin ich sehr aktiv. Die Premium-Inhalte, Kosten runtergebrochen am Tag, gerade mal 50 Cent. Ich habe schon zahlreiche Mails von Leuten bekommen, die deutlich mehr verdient haben, für die nächsten Jahre quasi ausgesorgt haben, aber es gibt auch sehr viel kostenlos. Also einfach gerne mal vorbeischauen, das würde mich persönlich sehr freuen. Also ich freue mich logischerweise immer über Support, auch über Daumen nach oben und Abo. Ihr kennt das ganze Spiel. Auf jeden Fall ist es extrem wichtig, dass du verstehst, dass du deine eigene Strategie erstellen musst und auch am Ende an dieser festhalten musst. Wie deine Strategie am Ende aussehen wird, musst du selbst entscheiden. Wir werden aber heute, wie gesagt, meine eigene Strategie einmal durchlaufen, damit du siehst, wie ich es bisher geschafft habe. Das Ganze ist auch kein Hexenwerk. Es nennt sich Dollar Cost Averaging. Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon. Man hat nämlich die Möglichkeit, die eigenen Einstiegskurse bei Aktien oder Kryptowährungen extrem zu verbilligen. Wie das in der Praxis aussieht, werde ich dir jetzt gleich zeigen. Bevor wir uns jetzt wirklich an die Praxis ranwagen, müssen wir aber vorher verstehen, dass Investieren immer ein gewisses Risiko birgt. Das heißt, diese Strategie, wie alle anderen Strategien, hat natürlich keine hundertprozentige Trefferquote. Wir könnten zum Beispiel ein Unternehmen auswählen, das irgendwann in der Zukunft Insolvenz anmelden muss und dementsprechend wäre auch unser gesamtes Geld, was wir in diese Aktie investiert hätten, dann irgendwann futsch. Um genau dieses Risiko zu minimieren, nutze ich persönlich die Fundamentalanalyse, aber auch das ist keine Garantie. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wir werden heute übrigens kein Cherrypicking betreiben, deswegen schauen wir uns zwei unterschiedliche Aktien an. Man kann das natürlich auf alle anderen Assets auch übertragen. Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass wir am Anfang echt viel Pech hatten und direkt im Allzeithoch eingestiegen sind. Also je nachdem, wie man das Ganze dann im echten Leben anwendet, wird man natürlich auch deutlich bessere Renditen erzielen. Und wie vorher schon erwähnt, ist es natürlich auch wichtig, dass man dann auch sich fundamental mit den Unternehmen und den Kryptowährungen beschäftigt hat, damit man eben nicht Gefahr läuft, dass man dann am Ende alles verliert. Und wir werden heute auch die schlechtere der beiden Methoden bei dieser Strategie anwenden und das wirst du auch gleich im Beispiel verstehen. Und jetzt kommen wir auch schon endlich zum ersten Beispiel. Wir werden uns im ersten Beispiel mit Vonovia beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass wir 5000 Euro zur Verfügung haben und wir werden jetzt Dollar-Cost-Averaging betreiben bzw. diese Tranche-Strategie anwenden. Es gibt hier zwei verschiedene Methoden. Wir werden die eher schlechtere auswählen. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben 5000 Euro zur Verfügung. Wir splitten das auf in fünf Tranchen. Das kann man natürlich individuell so anpassen, wie man dann eben möchte. Wir machen das einmal mit fünf Tranchen und auf dem Weg nach unten werden wir dann fleißig nachkaufen. Wenn man diese Strategie noch etwas effizienter anwenden möchte, dann kann man die Tranchen auch nach unten hin schwerer gewichten. Dementsprechend wird sich der Kurs deutlich stärker verbilligen und die Rendite, die man dann im Nachhinein bekommen kann, wird deutlich höher sein. Wir gehen hier aber eher einmal vom schlechteren Fall aus bzw. um das auch simpel zu halten, nehmen wir die 5000 Euro, splitten die in fünf gleich große Tranchen auf, also einmal in 1000 Euro und schauen uns an, wie sich dann Vonovia verhält. Und wie vorher schon erwähnt, gehen wir vom Worst Case aus. Das heißt, wir hatten tatsächlich Pech, sind im absoluten Top eingestiegen und sehen, wie auf einmal der Kurs nach unten fällt. Nun ja, zum einen wird es da natürlich sehr entscheidend sein, sich einmal mit den Gründen zu beschäftigen, warum der Kurs so stark abverkauft wird. Zum anderen sollte man sich auch fundamental mit diesem Unternehmen beschäftigen, damit man eben dieses Risiko der Insolvenz so stark wie möglich minimiert. Danach kann man nach verschiedenen Supportzonen Ausschau halten und ich persönlich nutze solche Supportzonen, um meine Käufe zu tätigen. Somit drücke ich meine Einkaufskurse immer weiter nach unten und deswegen wird es für mich in der Zukunft auch deutlich leichter sein, wieder im Plus auszusteigen. Ganz wichtig ist natürlich, dass man sich dann eben fundamental mit diesem Unternehmen vorher beschäftigt hat. Bei Vonovia in dem Beispiel hätte man jetzt einen durchschnittlichen Einkaufskurs von ungefähr 27,50 Euro. Das heißt, wenn man sich fundamental mit dem Unternehmen beschäftigt hat, dann hat man sogar die Möglichkeit gehabt, wieder auszusteigen, weil man dann eben sagt, irgendwas gefällt einem nicht, zum Beispiel das Management oder irgendwelche Zahlen gefallen einem nicht beziehungsweise diese strategischen Entscheidungen und somit hätte man kein Geld verloren, wäre ausgestiegen und könnte das irgendwo anders investieren. Wenn man sagt, dass die Richtung stimmt, dann würde das dementsprechend natürlich auch die eigene Rendite wieder nach oben boosten und deswegen schauen wir uns jetzt einmal das zweite Beispiel an, eine Aktie, über die ich in der Vergangenheit schon sehr oft gesprochen hatte, die sich mittlerweile auch schon sehr gut vervielfacht hat und zwar einmal CrowdStrike. Im Jahr 2022 gab es ja einen Bärenmarkt, man hätte diesen sehr, sehr gut nutzen können, um zum Beispiel in CrowdStrike zu investieren. Hier gehen wir wieder davon aus, dass wir zum Beispiel 5.000 US-Dollar haben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in Euro rechnen, eure Entscheidung, aber wir gehen einfach davon aus, dass wir diese Tranchen, diese 5 Tranchen wieder in 5 gleiche Teile aufsplitten. Und auch wenn wir jetzt annehmen, dass wir bei CrowdStrike Pech hatten, das heißt auch hier haben wir im absoluten Allzeithoch investiert, können wir uns auf dem Weg nach unten retten, indem wir diese Tranchenstrategie anwenden, indem wir uns wie gesagt fundamental natürlich auch mit dem Unternehmen beschäftigen, mit dem Management beschäftigen und so weiter und so fort, können in der Zwischenzeit unseren Kurs nach unten drücken, haben dann einen wirklich attraktiven, durchschnittlichen Einkaufskurs gebildet, hier im Beispiel bei CrowdStrike von ungefähr 154, 155 US-Dollar und auf dem Weg nach oben werden wir dann dementsprechend auch eine wirklich ordentliche Rendite erzielen. Denn ein einzelner Einstieg, also dass man wirklich einmal in eine Aktie einsteigt und dann diesen perfekten Einstieg erwischt, ist fast unmöglich. Also man muss schon wirklich mehrmals versuchen, einen guten Einstieg zu erwischen, weil man ja die Zukunft nicht kennt. Man kann sich das so vorstellen, ähnlich wie zum Beispiel beim Bowling. Wenn man jetzt Bowling geht, dann wird man ab und zu einen Strike werfen. Das habt ihr ja bei mir gesehen, zum Beispiel bei Palantir, wie gesagt bei Enphase, wo ich dann wirklich diese Strikes geworfen habe und ich habe das absolute tief erwischt. Aber ihr werdet halt nicht jedes einzelne Mal einen Strike werfen. So müsst ihr euch investieren, beziehungsweise die Finanzmärkte vorstellen. Im Grunde genommen, wenn man sich diese Strategie anschaut, wenn man sich vorher dann die Gedanken gemacht hat, wann man überhaupt welche Tranchen reinwerfen kann, dann hat man auch keine Kopfschmerzen. Man kann diese Tranchen einfach nur reinwerfen, kann dann im Nachhinein aussitzen und wird im besten Fall dann im Plus aussteigen. Ich persönlich schaue mir natürlich auch immer wieder die Quartals- und Jahresberichte dieser einzelnen Unternehmen an und je nachdem, wie der Kurs sich dann eben entwickelt, wenn ich dann auf einmal zum Beispiel Break-Even bin oder nur ein bisschen im Plus, kann ich mich dann nochmal umentscheiden und sagen, ja, ich möchte jetzt aussteigen und mein Geld doch irgendwo anders investieren oder ich kann auch sagen, nein, ich lasse das Ganze laufen, weil wir bewegen uns jetzt genau so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Wenn du dich jetzt noch für andere Analysen interessierst, dann kannst du gerne natürlich hier auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort habe ich sehr viele Analysen zu Krypto und Aktien und ganz wichtig, teile mal sehr gerne deine Meinung mit der Community unten in den Kommentaren. Wie immer, wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanalabend mit Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.